Wie würdest du Geschlecht verstehen? Was ist eine Frau? What is a woman, genau. Die Frage, die heute am besten keiner stellt und die man schon gar nicht irgendwo beantwortet, wo man aufgenommen wird. Aktuelle politische Debatten sind emotional und überhitzt. Oft geht es gar nicht so darum, was eigentlich gesagt wird, sondern wie es gesagt wird und wer es sagt. Und über diese Tendenzen möchte ich mit meinem Gast Sepp vom Podcast VorPolitisch heute sprechen. Sepp ist promovierter Physiker und Philosoph und beschäftigt sich in seinem Podcast um alle möglichen Themen rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Willkommen, Sepp. Ja, danke für die Einladung. Genau, vielleicht kannst du als erstes einfach mal ein bisschen was zu dir und deinem Podcast erzählen, wer du so bist, woher du kommst, was deine Motivation ist. Also den Podcast habe ich gestartet vor circa zwei Jahren aus der Tatsache heraus, dass wir, wenn ihr euch erinnert, da war diese kleine Covid-Geschichte. Haben manche vielleicht nicht mitbekommen. Nee, wir saßen alle zu Hause und haben viel zu viel Zeit online verbracht, in meinem Fall Twitter. Und mir ist halt aufgefallen, die Debattenkultur ist unterirdisch. Und irgendwie dachte ich, ich möchte da was Positives zu beitragen. Und dachte als unter anderem Philosoph wäre eben überhaupt mal mit Begriffsklärungen anzufangen ein guter Ansatz. Denn viele Leute streiten sich und verwenden ein und dasselbe Wort, meinen aber nicht dasselbe. Und dann können die ja nur aneinander vorbeireden. Und habe dann eben mit meinen Shorts angefangen. 15 Minuten, wo ich den Erklärbär gebe und einfach sage, was ist denn das eigentlich? Was versteht man darunter? Versuche so neutral, wie es mir eben möglich ist, an Themen ranzugehen, zu sagen, das ist die eine Seite, das ist vielleicht die andere Seite der Medaille. Ja, cool. Ich kann das auch nur empfehlen, der Podcast vorpolitisch höre ich auch und gefällt mir sehr gut. Du hast auch gesagt, Begriffe klären. Also das sind quasi für dich die Voraussetzungen. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, wo du das Gefühl hast, dass das schief geht? Wo so Missverständnisse entstehen oder ein Streit um Begriffe? Ja, so ein ganz einfaches Beispiel ist dieser Rassismusbegriff. Auch dazu habe ich eine Folge gemacht. Damals war der Auslöser dieses seichte Witzchen, das der Dieter Nuhr gerissen hat, über das Buch von der Alice Haasters. Und das hat ja dann auch zu einem Riesendebatte, Shitstorm auf Twitter geführt. Und da sieht man einfach, dass Leute mit unterschiedlichen Rassismusbegriffen hantieren. Also es gibt den klassisch-liberalen Rassismusbegriff, der Rassismus als einen typischen Ismus, als eine Ideologie, eine Gedankenwelt, ein Gedankengebäude versteht. Und dann gibt es eben den weitergefassten identitätspolitischen oder wie auch immer man ihn nennen möchte, Rassismusbegriff, der eben irgendwie Strukturen sucht und sagt, es gibt also auch unbewusste Rassismen. Rassismus ist jetzt keine Einstellung, sondern das sind Systeme und das ganz anders definiert. Und wenn Leute, die unterschiedlichen Begriffen anhängen, dann eben über Rassismus diskutieren wollen, ohne sich dessen bewusst zu sein, dann kann das nur schief gehen und nur entgleisen. Ja, das kann ich mir auch nur vorstellen. Ich denke da im Grunde genommen an, was man vielleicht aus Familientreffen kennt, dass da eine Formulierung stattfindet, die rassistisch ist. Und wenn dann eben mit diesem Ein-Rassismus-Begriff hantiert wird und gesagt, du bist ein Rassist, dass dann eben auf der anderen Seite das Unverständnis da ist, aber ich habe es ja nicht so gemeint, wäre das sozusagen folgetessen? Genau, das ist halt auch so ein Beispiel. Ja, haben wir jetzt auch wieder erlebt. Boris Palmer und das berühmte N-Wort, das wir jetzt nicht sagen, weil sonst diskutieren die Leute mich wieder darüber, dass das Wort gesagt wurde und nicht, ob man es sagen darf. Und ja, also der eine sagt halt, das ist erstmal nur ein Wort. Ja, das muss im Kontext gesehen werden. Wenn er sich noch erinnert, Annalena Baerbock hat das Wort ja auch mal vor der Kamera ausgesprochen und zwar, weil Kinder gefragt hatten, worum es denn eigentlich geht. Ja, und da merkt man halt schon, wie komisch das ist. Ja, also im aufklärerischen Sinne wollte Frau Baerbock, die sicherlich keine Rassistin ist und der ich das auch nicht unterstellen möchte, dieses Wort führt, weil die Kinder sagen, ja, welches Endwort denn? Wovon redet ihr eigentlich? Wie soll sie das anders erklären? Ja, dann hat sie das Wort gesagt, dann hat sie einen Shitstorm bekommen, weil sie das Wort gesagt hat und so entgleist das dann alles. Und wie gesagt, wir reden dann eben, ja, nicht mehr über dieselben Sachen und wir reden nicht mehr über das Gleiche. Und beide Seiten können sich wunderbar drüber empören, wie doof die anderen sind. Nur miteinander reden kann man dann kaum noch. Diese unterschiedlichen Verständnisse von solchen Begriffen wie Rassismus oder Geschlecht wäre vielleicht auch so ein Beispiel, was dazugehört. Was ist irgendwie die Gemeinsamkeit? Gibt es deine Gemeinsamkeit? Hat das irgendwie, wie ist da deine Analyse sozusagen? Gibt es da irgendwie eine, hättest du eine Problemdefinition sozusagen oder? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Gemeinsamkeit, glaube ich, ist, dass das einfach Themen sind, die zum Aufreger geeignet sind. Also, denn wie du vorhin schon gesagt hast, im Familiensetting, also Rassist möchte fast niemand sein. Also es gibt sicherlich irgendwo Rassisten, die sich das auf die Fahne schreiben. Auch die Faschisten waren ja ganz stolz und die haben sich ja nicht versteckt. Und auch Neonazis verstecken sich nicht, sondern die bekennen sich dazu. Aber die meisten Leute wollen das eben nicht sein, weder Rassist noch Faschist noch sonst irgendwas. Das heißt, das wirkt auch als Vorwurf. Bei Geschlecht wiederum, denke ich, ist es ein bisschen anders gelagert. Hatten wir ja im Vorgespräch schon ein bisschen irgendwie angerissen. Also da geht es halt einfach darum, wir alle haben ein Geschlecht. Das heißt also, wir reden nicht nur über Transpersonen, sondern wir reden halt auch über uns selber. Und wie gesagt, dann hat das sehr schnell immer die Möglichkeit, sich angegriffen zu fühlen. Und in dem Moment, wo sich jemand angegriffen fühlt, ja, da gehen die Reflexe, eben die Schutzreflexe los. Und dann ist es schwierig, diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, Moment, Moment, was hat er denn wirklich gesagt? Hat er mir hier wirklich ans Bein gepieselt oder eben nicht? Du kritisierst auch viel, wie von linker aktivistischer Seite mit Sprache umgegangen wird. Zum Beispiel auch in deinen Podcast-Folgen zu Framing, sozialen Kategorien und so weiter. Warum ist dir das an dieser Stelle so wichtig? Also ist das, könnte man nicht sagen, realistisch betrachtet ist das einfach ein Teil von Politik. Da wird irgendwie das rhetorisch effektivste Mittel gesucht, um andere zu überzeugen. Warum ist dir das an der Stelle so wichtig, darauf einzugehen und das zu kritisieren? Also zum einen hast du natürlich völlig recht. Das ist gelebte Politik, das gehört dazu, ja. Andererseits muss man es ja nicht gut finden, denn es gibt einen gewissen Politikstil, der hier in meinen Augen primär aus den USA importiert wird. Den muss man nicht mitmachen, denn die demokratischen Kräfte, die müssen miteinander reden können, ohne dass man dem anderen immer sofort böse Absicht unterstellt, ihn verteufelt und die schlimmsten Horrorszenarien an die Wand malt. Vielleicht nochmal einzugehen auf die Frage, warum ich auch so gerne die politische Linke diskutiere und auch angreife. Also die politische Rechte ist gefährlich, das ist überhaupt keine Frage. So wie ich sehe, steht die Brandmauer nach rechts ziemlich gut. Sie ist nicht perfekt, sie hatten ihre Schwächen, aber ich sehe nicht, dass die Rechten in Deutschland in irgendeiner Form konsensfähig wären. Auch wenn die AfD ziemlich stark geworden ist, ist das ein Milieu, mit dem will eigentlich kaum jemand was zu tun haben, mit denen, die sind aktuell nicht, nicht diskursfähig. So, also da sind wir uns alle einig und wenn man sich den medialen Mainstream anschaut, dann wird das auch sehr gut reflektiert. Das heißt, also diese Stimmen gibt es, die finde ich gut, aber die sind halt schon da. Die muss ich jetzt meine nicht als tausendste Stimme hinzufügen, nur damit ich mich besser fühle. Die Linke ist aber ja auch kein einheitlicher Block. Also weder ist die Rechte ein einheitlicher Block, noch die Linke. Und Linke unterscheiden sich zum Teil in den Zielen, ja. Also wenn wir jetzt mal uns anschauen, der klassische Marxismus oder Kommunismus, ja. Also ich bin nicht für eine Verstaatlichung aller Produktionsmittel. Da unterscheide ich mich von manchen Linken in den Zielen. Nehmen wir den Rassismus, da sind wir uns links der Mitte. Und da verorte ich mich selber politisch ziemlich einer Meinung, nämlich, dass das Rassismus nicht wünschenswert ist und irgendwie bekämpft werden muss. Aber auch da ist jetzt die strategische Frage, wie. Und wer da immer seinen Weg als den alleinig selig Machenden setzt, der verengt da Diskursräume und hat vielleicht ja auch einfach Unrecht, ja. Wenn er also auf die falsche Strategie setzt. In meinem Podcast hat das mal einer meiner Gäste sehr schön gesagt. Das ist die Geschichte mit Camus und Sartre, wo Camus ja absolut gegen die Unterstützung der entsprechenden Freiheitskämpfer in Algerien war, weil er gesagt hat, das führt eben nicht zur Befreiung, sondern zur Militärdiktatur. Man hat ihm vorgeworfen, er wäre ja gegen den Befreiungskampf, weil er strategisch einen anderen Weg gehen wollte. Und was ist passiert? Es führte in die Militärdiktatur. Also der Befreiungskampf von den Franzosen hat direkt in die Militärdiktatur geführt. Und kann nicht der Sinn linke Aktivisten gewesen sein. Und deswegen muss man eben innerlinke, beziehungsweise ich selber bezeichne mich als sozialliberal, aber links der Mitte, muss man eben diese Auseinandersetzung führen und eben auch innerlinke Diskussionen führen. Und wer sich eben hinstellt und jede Kritik immer als rechts abbügelt, der ist halt auch nicht diskursfähig. Es gibt also viele Dinge, die du mit der politischen Linken im weitesten Sinne teilst und wo du übereinstimmst. Und das, wo du nicht übereinstimmst, hast du das Gefühl, dass sich das irgendwie auf einen Begriff bringen lässt, dass da sozusagen ein gemeinsames Problem gibt, einen gemeinsamen Nenner der Probleme? Ja, das, was ich im weitestgehenden immer wieder als Identitätspolitik bezeichne, weil ich glaube, und Hufeisen muss man jetzt vorsichtig sein, rechte Phänomene sind anders als linke Phänomene. Aber da geben sie sich beide die Hand, nämlich, dass sie in identitäre Politik verfallen und in Gruppen denken und in Stammes denken. Und ich glaube, also nichts liegt mir ferner als Stammes denken. Wie stellst du dir eine ideale Debatte vor? Wie würdest du dir wünschen, dass die politische Debatte um diese Themen organisiert ist und dass die abläuft? Es darf ja auch mal hitzig werden. Wie gesagt, man darf aber halt nicht dem Gegenüber unterstellen, dass er böse Absichten hat. Also wenn man so Minimalstandards erfüllt, dass man dem Gegenüber zugesteht, dass er Dinge nicht aus Boshaftigkeit tut. Wenn man versucht, die Worte des Gegenübers in einer wohlwollenden Art und Weise zu lesen, dann sind die Mindeststandards erfüllt und dann kann man auch heftig zur Sache streiten. Ja, wir haben sehr viel allgemein gesprochen über solche Phänomene. Wo wäre denn mal ein konkretes Beispiel? In welcher Debatte nimmst du konkret irgendwie wahr, dass Menschen böse Absichten unterstellen oder unredlich argumentieren? Naja, dann nehmen wir das aktuelle Beispiel, die Transdebatte, in die ich ja so ein bisschen reingeschlittert bin mit meinen Gästen. Da sind auf der einen Seite die Queer-Feministen und Trans-Inclusive oder wie auch immer man sie alle nennen möchte, die sofort unterstellen, dass wenn jemand eine radikal-feministische oder TERF, also Trans-Exclusionary Position vertritt, der will Leute tot sehen, der will Genozid betreiben, der will Transmenschen Böses, also da werden die ganz großen Geschütze aufgefahren. Wenn man sich die Literatur anschaut, wo wirklich Leute argumentieren, also Alex Byrne oder Thomas Borgardus sind Namen, die mir da einfallen, Holly Loford-Smith, australische Philosophin, natürlich will von denen niemand jemand anderen aus der Gesellschaft ausschließen, sondern es geht zum Beispiel darum, die Frage, ob Menschen, die eine männliche Pubertät durchlaufen haben, im Frauensport irgendwie oder in bestimmten Frauensportarten vertreten sein sollen. Um solche Fragen geht es da, also wirklich konkrete Interessenskonflikte, die, glaube ich, eben auch legitime Interessenskonflikte sind. Also niemand geht es darum, diese Leute aus dem gesellschaftlichen Leben komplett fernzuhalten. Auch Kathleen Stock, die ja immer wieder als Beispiel herangeführt wird, das will von denen keiner. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, drehen manche Radikal-Feministinnen im Gegenzug auf. Da wird also befürchtet, dass das Frau sein soll ausgelöscht werden oder Frau sein soll kolonialisiert werden. Und Leute, macht mal langsam. Vielleicht übertreibt es da jemanden mit der Inklusion und geht einen Weg, der dann schon wieder andere Leute exkludiert, indem er nur eine Gruppe reinholt, die andere so ein bisschen rausdrängt. Aber auch da ist es doch, also niemand möchte die Kinder vertransen. Das ist doch völliger Quatsch. Aber dieses Gegeneinander, das zieht natürlich, das zieht Publikum an. Also das ist wie auf dem Schulhof. Da kloppen sich zwei und alle stehen drumherum und feuern die an. Was wäre denn deine Position? Wie würdest du Geschlecht verstehen? Was ist eine Frau? What is a woman, genau. Die Frage, die heute am besten keiner stellt und die man schon gar nicht irgendwo beantwortet, wo man aufgenommen wird. Hi. Ja, also das ist ja die Frage. Das hatte ich mit Till besprochen. Das hatte ich mit der Janka Kluge besprochen in meinem Podcast. Also auch gerne diese beiden Folgen dazu anhören. Ich hatte es auch mal grundsätzlich in einem meiner Shorts besprochen. Also die Frage, ist Geschlecht jetzt etwas, das auf körperlicher Basis, auf einer materiellen Basis beruht? Und das ist ja die Position der Red Femmes. Frau ist eine Sexkategorie. Also etwas, man wird als Frau benachteiligt, weil man eben den Körper hat, den man hat und nicht, weil man irgendeine innere Identität hat. Das ist ja die Position der Red Femmes. Die Position des Queer-Feminismus ist, dass man das ist, als was man sich identifiziert. Das Geschlecht zwar eine körperliche Komponente hat, aber eben auch eine Identitätskomponente. Dass ich eben schon am besten weiß, ich selber, welches Geschlecht ich habe. Also wer bist du, mir zu sagen, welches Geschlecht ich habe. Das ist so ein bisschen die Idee. Ich persönlich tendiere zu den Gender-Criticals. Ich persönlich kann für mich einfach das Körperliche nicht abtrennen von der Definition des Geschlechts. Und dafür gibt es in meinen Augen auch gute Gründe. Das eine Argument, das mir eben sehr stark einleuchtet, formuliert von Alex Byrne zum Beispiel, Der hat gesagt, wir nutzen in der Sprache Wörter, die sind geschlechtsspezifisch für Tiere. Die Henne und der Hahn, die Katze und der Kater und so weiter und so fort. Und jetzt soll es auf einmal eine Kategorie von Wirbeltier geben, wo wir nicht von den Äußerlichkeiten sprechen. Wenn wir also Mann und Frau meinen, hält er für unplausibel. Ja, und so in diese Richtung gehen eben meine persönlichen Gedankengänge auch, dass ich sage, bei Tieren und so weiter nutzen wir genau dasselbe Wort. Geschlechter interessiert uns überhaupt nicht, wie sich die Katze fühlt oder identifiziert, sondern wir können das von außen irgendwie sehr klar beurteilen. Und deswegen glaube ich, dass der Alltagsbegriff Geschlecht genau auf diese Äußerlichkeiten abzieht. Aber wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass jemand nicht so leben soll, wie er will, dass er sich so kleiden soll, wie er will. Ich bin der Meinung, Geschlechterrollen sollten viel weiter aufgebrochen werden. Braucht kein Mensch, stimmt jetzt auch wieder nicht. Wie gesagt, Differenzierung tut eigentlich immer überall Not. Ein nettes Argument in dem Zusammenhang fand ich auch, ich glaube aus dem gleichen Paper von Alex Byrne, wie man denn die Handlung des Films Majorité opprimée beschreiben würde. Kennst du den Film? Ich kenne den Film nicht. Ich habe das Paper zwar gelesen und da wird auf den Film referenziert, ich kenne aber den Film nicht. Ja, also da geht es, das ist die Situation, da geht es darum, dass die biologischen Männer eben die Rollen von Frauen in der Gesellschaft haben. So und die Frage ist, wie beschreibt man das? Ja, also haben da die Männer die Rollen von Frauen oder sind es dadurch die Frauen? Dadurch, dass sie eben diese Identität, diese Rollen und so weiter verkörpern. Genau, also ein anderes Argument, das der Alex Byrne ja auch noch anbringt, also wie gesagt, Alex Byrne gehört ja auch zu den Gender Criticals, wenn man dieses Wort mal verwenden möchte. Wenn er sagt, okay, angenommen, da wird ein Kind geboren und wir wissen, dieses Kind wird innerhalb von 24 Stunden sterben, kann also überhaupt gar keine Rolle ausbilden, weil es tot sein wird, bevor es diese Rolle ausbilden kann. Und er sagt dann, wir können ja trotzdem das benennen, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Also all diese Fragen sprechen für mich für einen Alltagsgebrauch eben daran, dass das ans Körperliche gebunden ist. Und trotzdem halte ich es selber, wie Kathleen Stock das auch in ihrem Buch beschreibt, ja, also ich breche mir keiner dabei ab, freundlich und höflich und nett zu sein. Also wenn Frau Kluge als Frau angesprochen werden möchte, dann spreche ich sie als Frau an, benutze die weiblichen Pronomen, respektiere das und wünsche ihr ein erfülltes und glückliches Leben. Ja, das tangiert mich ja nicht. Also was in meinem Kopf vor sich geht, was ich mir im Hintergrund an philosophischen Vorannahmen denke, kann ihr ja hoffentlich auch egal sein. Ein Stichwort, das im Kontext von Sprache auch immer wieder fällt, ist Gewalt. Und du selbst hast auch zum Gewaltbegriff promoviert in der Philosophie. Wie siehst du das? Was ist Gewalt für dich und was ist sprachliche Gewalt? Macht das Sinn, davon zu reden? Ja, also du triggerst mich hier mit deinen gewaltvollen Worten. Ja, also ich würde das, ich habe da eine ganz klare Meinung. Gewalt ist was physisches, was dynamisches. Sprachliche Gewalt ist in meinen Augen Unfug. Ja, dafür kann man andere Begriffe finden, dafür gibt es Begriffe. Also man kann ja sehr präzise Dinge benennen. Ich kann jemanden beleidigen, ich kann jemanden vor den Kopf stoßen, was auch immer. Das muss nicht Gewalt sein. Also ich weiß, warum man den Gewaltbegriff immer so gerne verwendet, weil einfach klar ist, Gewalt ist etwas, das ist moralisch zu begründen und begründungsbedürftig. Also auch hier gibt es eine sehr schöne Folge in meinem Podcast, da habe ich mit dem Professor Uwe Steinhof gesprochen, jemand, der auch zum Gewaltbegriff geforscht hat. Ich denke eben, Gewalt ist ein sehr spezifisches moralisches Problem. Nur weil etwas keine Gewalt ist, ist es deswegen ja moralisch noch nicht in Ordnung. Also Lügen ist keine Gewalt, aber deswegen ist Lügen ja nicht okay. Ich weiß nicht, wer es auf Twitter verfolgt hat. Ich bin heute hier mit der Bahn angereist und habe meine Finger nicht von Twitter gelassen, das war ein Fehler. Der Transgenozid, der jetzt immer wieder behauptet wird. Ein Völkermord ohne Leichenberge macht in meiner Welt keinen Sinn. Und nur weil ich nicht von Völkermord rede, heißt das ja nicht, dass ich irgendwas gut heiße. Also ich kann Dinge auch schlecht finden, ohne dass sie Völkermord sind. Ich muss einen Politiker nicht Faschist nennen, um auszudrücken, dass ich ihn nicht mag. Es gibt tausend andere Wörter, die ich verwenden kann. In meinen Augen verwässert das Begriffe. Wenn ich alles und nichts als Gewalt bezeichne, dann verwässere ich halt den Gewaltbegriff. Und wenn ich alles und jedes als Faschist oder Genozid bezeichne, dann verwässere ich halt diese Begriffe. Und da lege ich halt Wert auf präzisere Sprache, weil dieses Verwässern am Ende, glaube ich, eben niemanden hilft. Und deswegen, man kann Dinge auch scheiße finden, wenn sie keine Gewalt sind. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was du unseren Zuschauern mitgeben möchtest? Ja, eigentlich nicht viel. Also wie gesagt, ich plädiere immer für eine bessere Debattenkultur. Ich freue mich, wenn Menschen miteinander reden, Standpunkte austauschen. Und dafür führe ich meine Gespräche, dafür streite ich. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit überzeugen kann. Danke fürs Gespräch. Ja, danke auch.